Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu unseren Algorithmen und Datenstrukturen. Heute wollen wir die Breitensuche wirklich programmieren, damit ihr den Algorithmus auch komplett versteht. Und ja, weil die Breitensuche einfach unfassbar wichtig ist und dazu brauchen wir natürlich zunächst einmal einen Graphen. Und also mit PH geschrieben, wir brauchen keinen Graph von irgendwas, sondern wir brauchen wirklich den Graph in der Informatik, okay? Genau, und dazu brauchen wir natürlich Python-Code mal wieder, weil Python quasi so aussieht wie Pseudocode und einfach super cool ist, also zumindest fast. Heute werden wir ein kleines bisschen abweichen vom Pseudocode, weil wir da auch ein bisschen Code drumrum schreiben müssen, denn wir werden den Graph als Klasse programmieren. Falls ihr jetzt nicht wisst, was eine Klasse ist, versucht mir einfach trotzdem zu folgen. Das Konzept ist hier eigentlich so ein bisschen implizit verwendet, das ist eigentlich recht angenehm, muss ich sagen. Und wenn ihr trotzdem nicht wisst, was eine Klasse ist und so weiter, dann schaut einfach bei mir bei den Python-Videos vorbei, da könnt ihr das Ganze dann auch lernen. Aber es ist eigentlich auch nicht so komplex, muss ich tatsächlich sagen. Okay, lasst uns anfangen. Und zwar, wir schreiben uns eine Klasse namens Graph. Dieser Graph, der enthält natürlich Knoten und Kanten und natürlich die Breitensuche. Das heißt, wir werden hier einen Algorithmus schreiben, der Breitensuche, der Breitensuche und der bekommt dann natürlich Self mit, weil Self ist der Graph im Endeffekt. Also Self bezieht sich hier auf den Graphen und der bekommt einen Startknoten mit und der macht dann irgendwas. Ich schreibe hier mal Pass rein, damit wir keinen Fehler bekommen, aber das kommt dann noch. Also das ist das, was wir dann am Ende machen wollen. So, und der Graph selbst, der besteht jetzt natürlich auch aus Knoten und Kanten. Und wir müssen uns überlegen, wie zur Hölle programmieren wir die Dinge eigentlich. Und dazu gibt es eine sehr angenehme Datenstruktur von Python für euch mitgeliefert, nämlich das DefaultDict. Ich schreibe das hier mal in den Konstruktor rein. Das wird dann quasi automatisch für uns, wenn wir den Graph erstellen, wird das Ding für uns gebaut. So könnt ihr euch das gerade mal kurz vorstellen. Und ja, wir nehmen hier Self.graph ist gleich DefaultDict und zwar List. So, und jetzt muss ich DefaultDict noch kurz importieren und zwar ist das Ding in Collections drin. Was das ist, was das ist, sage ich euch sofort. Und zwar DefaultDict. So, ein Dictionary ist folgendes. Und zwar, wir haben hier zum Beispiel einen Knoten, nennen wir ihn einfach mal A. Dieser Knoten A muss natürlich gespeichert werden, aber wir wollen jetzt tatsächlich nur dieses DefaultDict nutzen, was wir hier angegeben haben, um unseren Graphen komplett zu speichern. Das heißt, da sind Knoten und Kanten drin. Und was wir jetzt machen, ist einfach folgendes. Wir sagen, okay, wir haben Knoten A, wir haben Knoten B und wir haben Knoten C. Und jeder dieser Knoten hat natürlich einige, naja, Kanten, die von ihm ausgehen. Das heißt zum Beispiel Knoten A hat eine Kante auf B und eine Kante auf C. Okay, so, das heißt, wir bauen uns hier sozusagen ein Dictionary mit einer Liste. Ein Dictionary bedeutet einfach bloß, ich baue das hier mal ganz kurz fertig für euch. So, wir haben von B eine Kante auf A und von C haben wir eine Kante auf B. Okay, auf B. So können wir uns das mal ganz kurz vorstellen. Das wäre ein Graph, von A gibt es eine Kante auf B und C, also auf beide. Von B gibt es eine Kante auf A und von C gibt es eine Kante auf B. Okay, hat natürlich eine Loop drin, das ist ganz klar. Aber ja, nehmen wir jetzt einfach mal das hier als gegeben an. So, und was wir hier haben, wir haben hier Keys und Values. Das heißt, automatisch haben wir hier direkt alle Knoten drin. Wir haben A, wir haben B und wir haben C. Und am Anfang sagen wir einfach, okay, keine Kanten existieren, einfach so. Und dann fügen wir einfach Kanten ein und dieses Default Dict managt den Rest für uns. Wir müssen uns da um nichts mehr kümmern. Und hier hinten steht quasi, auf welchen Knoten wir quasi zeigen. Das heißt, von A gibt es eine Kante auf B, ja, dann fügen wir das da in eine Liste ein. In Python gibt es keine Arrays, sondern nur Listen, aber das ist super gut hier, weil wir da natürlich dann neue Kanten einfach so hinzufügen können. Das heißt, von A gibt es eine Kante auf B, fügen wir hinzu. Von A gibt es eine Kante auf C, fügen wir hier einfach hinzu bei A. Wenn es für C jetzt eine Kante auf A geben soll, ja, dann fügen wir einfach in diese Liste noch ein A rein. Und schon haben wir alles, was wir brauchen. Wir lassen dieses Default Dict quasi einfach alles für uns managen. Wenn wir auf irgendwas zugreifen, was es nicht gibt, beziehungsweise was hinzufügen wollen, was es nicht gibt, ja, dann machen wir das einfach. Also dann macht uns das quasi das Default Dict automatisch implizit. Und das ist super, super angenehm. Deswegen nehmen wir diese Datenstruktur. So, wenn ihr jetzt natürlich einen komplexeren Graphen habt, dann könnt ihr da selbstverständlich auch hergehen und sagen, wir modellieren die Knoten tatsächlich und den Graphen in einer separaten Klasse. Das könnt ihr so weit treiben, wie ihr wollt. Aber für unsere Zwecke reicht das hier natürlich erstmal. Ich möchte es hier auch nicht übertreiben. Denn, ja, wir wollen hier natürlich die Breitensuche machen und nicht einen Graph programmieren. Okay, also wir haben hier ein Self und wir wollen die Kante hinzufügen und zwar von U nach V. U und V sind hier natürlich Parameter und im Endeffekt bedeutet hinzufügen einfach, dass wir Self.graph an der Stelle U aufrufen und dort einfach die Kante nach V einfügen. Das ist das, was ich euch gerade erklärt habe. Wir hängen an die Liste einfach den Knoten V dran und zwar an die Liste von U in unserem Dictionary, das den kompletten Graphen enthält. So, und ja, jetzt können wir hier tatsächlich schon mit unserer Breitensuche beginnen. Und die Breitensuche, die habe ich euch letztes Mal komplett erklärt. Das heißt, zunächst einmal brauchen wir ein Array oder in unserem Fall, weil wir Python haben und in Python gibt es an sich keine Arrays, es gibt nur Listen, okay, aber die sind halt stark optimiert. Wir brauchen dieses Visited Array, beziehungsweise in unserem Fall die Visited Liste. Und zwar sagen wir hier, jo, das Ding ist einfach False, beziehungsweise Null. Ihr könnt beides benutzen. Wir werden hier jetzt False und True verwenden, weil es ja binäre Werte waren, also entweder wahr oder falsch oder Null oder Eins. Und zwar brauchen wir dieses False insgesamt so häufig, wie wir Knoten in unserem Graphen drin haben. Naja, die Anzahl an Knoten bekommen wir über len von self.graph. So, das heißt, wir haben hier jetzt tatsächlich gesagt, okay, wir haben eine Liste mit False und wir haben noch keinen Knoten angeguckt. Das ist ja im Endeffekt dieses Visited, was wir uns schon überlegt hatten. Dann haben wir eine Queue, eine Queue, Entschuldigung, ich muss das manchmal Queue aussprechen, weil es einfach Spaß macht. Die ist am Anfang natürlich leer. Das haben wir uns auch schon so überlegt. Und dann haben wir natürlich die Ausgabe. Ja, aber die Ausgabe, die schreiben wir uns natürlich in die Kommandozeile. Also das ist das, was wir wirklich ausgeben wollen. Und genau so machen wir das jetzt einfach. Und jetzt sagen wir hier, okay, wir gehen in die Queue rein und führen einfach für jeden Knoten, der in dieser Queue drin ist, immer dasselbe aus. Das heißt, wir machen das natürlich für die Queue, also sozusagen, solange die Queue nicht leer ist, also while len of Queue größer als Null, also solange ein Element oder mehrere Elemente in der Queue drin sind, machen wir diesen Algorithmus hier. Jetzt fällt dem geübten Leser vielleicht auf, hm, unsere Queue ist aber leer. Das heißt, wir werden hier gar nichts machen. Naja, das liegt daran, dass wir unser Start-Element noch nicht reingepackt haben. Das heißt, wir packen am Anfang natürlich unser Start-Element direkt in die Queue und sagen, okay, visited von Start, das ist einfach gleich true. Das heißt, wir führen quasi den ersten Schritt von Hand aus, wir fügen das erste Element in die Queue ein, wir fügen dieses True an Start-Position in unsere Queue ein und dann lassen wir die eigentliche Breitensuche starten. Okay. Ja, und Python hat natürlich genau die Operation, die ihr braucht für eine Queue. Ihr erinnert euch, eine Queue hat einen Pop, eine Pop-Funktion. Pop bedeutet, wir holen uns das erste Element von unserer Queue und verarbeiten das. So, das heißt, wir sagen hier Start ist gleich Queue.pop von 0. Also, wir müssen hier angeben, welches Element wir poppen wollen. Bei einer Queue poppt man normalerweise immer das vorderste Element, sonst wäre es keine Queue. Also sagen wir hier, wir poppen das erste Element und das ist jetzt unser neues Start-Element. So, und anschließend wollen wir natürlich dieses Element verarbeiten. Verarbeiten bedeutet hier in unserem Fall, wir wollen es ausgeben. Wir können das aber mal auslagern in eine andere Funktion. Und zwar sagen wir hier, ähm, use, ähm, beziehungsweise self.use, um genau zu sein, self.use und dann wollen wir das Start-Element verwenden. So, und jetzt könnt ihr hier die Operation einfügen, die in eurem Graph relevant ist. Also quasi unsere use-Funktion, die gibt uns einfach ein Element an und zwar das, ähm, ähm, v, also quasi für Knoten, ja. Und in unserem Fall printen wir jetzt einfach v aus, was so viel bedeutet, wie wir verarbeiten das Ding. So, und ihr erinnert euch noch, was passiert, wenn wir das Element verarbeitet haben? Naja, dann lösen wir es aus der Queue raus, das haben wir hier oben schon getan, danach ist es nicht mehr in der Queue drin. Und anschließend fügen wir alle Elemente in unsere Queue ein, die wir quasi von diesem Knoten erreichen. So, jetzt müssen wir über die Kanten gehen und gucken, was wir da alles einfügen können. Also das heißt, wir sagen forE in self.graph von Start. Also wir gehen quasi in den Graph rein und schauen, wir sind jetzt in der Liste drin von dem aktuellen Knoten, den wir gerade behandeln. Okay, das heißt, wir starten einfach hier mal und zwar sagen wir dann, ja gut, was machen wir denn mit diesen Elementen? Naja, wir fügen sie natürlich in die Queue ein. Queue.append i. So, das heißt, wir fügen einfach neue Werte in dieses i ein und fertig. So, was wir jetzt aber noch Achtung oder beachten müssen, ist im Endeffekt, wir dürfen natürlich nur die Knoten einfügen, die wir noch nicht besucht haben. Sonst haben wir ein Problem mit Loops, sonst würden wir uns quasi hier unendlich im Kreis drehen und wären niemals fertig. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen natürlich jedes Element nur einmal angucken und die, die wir schon besucht haben, also visited von i, falls das gleich true ist, wollen wir nichts machen. Das heißt, gleich true, continue. Und falls das aber hier false ist, also falls wir dieses Element noch nicht besucht haben, dann nehmen wir hier dieses Element i, fügen es in die Queue ein und anschließend visited von i gleich true. Und damit begehen wir es quasi nicht mehr. So, rein mathematisch oder rein programmiertechnisch gesehen kann man sich das hier sparen, deswegen wurde mir das hier gerade unterklingelt. Und Breitensuche ist ein Wort, was es an sich nicht gibt, glaube ich. Und typo, ja genau, typo in Word und method use, maybe static. Ja, das machen wir jetzt aber nicht. So, das ist in Ordnung so. Und ja, damit haben wir im Endeffekt unsere Breitensuche. So, jetzt müssen wir natürlich noch uns ein Beispielcode generieren. Und zwar wollen wir erstmal einen neuen Graphen erstellen. Und zwar, den nennen wir einfach mal kleinen g, ist gleich Graph, Klammer, Klammer. So, damit haben wir einen neuen Graphen erstellt. Und dieser Graph, der bekommt jetzt Kanten. Und zwar g.addEdge. So, wie machen wir das? Wir wollen erstmal einen Knoten 0 haben. Und dann wollen wir einen Knoten 2 haben. Also quasi eine Kante von 0 auf 2. Dann, übrigens mit STRG D in PyJump könnt ihr Zeilen duplizieren. Das ist manchmal recht hilfreich. Wir wollen eine Kante von 0 auf 4 haben. Oh, ups. Das war was, was ich mir merken wollte. Das ist für meine To-Do-Liste. Das habt ihr nicht gesehen. Wir wollen eine Kante von 2 auf 4 haben. Und wir wollen eine Kante von 1 auf 3. Und wir wollen eine Kante von, was machen wir noch? Von 4 auf 1. Und wir wollen eine Kante von 4 auf 0. So, haben wir jetzt alles. Und was wollen wir noch für eine Kante? Vielleicht noch von 4 auf 2. Ja, das ist doch okay. Also dann haben wir im Endeffekt einen Graphen 0 auf 2, 0 auf 4, 2 auf 4, 1 auf 3, 4, kommen wir auf 3? Ja, wir kommen auf 3 über 1. So, und wenn wir das Ding jetzt ausführen wollen, dann müssen wir natürlich hier erstmal uns starten lassen. Starting, beziehungsweise starte, wir sind hier auf Deutsch, starte, Breitensuche. Starte, Breitensuche. Und dann G.B. Breitensuche. Genau. So, und dementsprechend müssen wir natürlich noch angeben, wo wir eigentlich starten wollen. Wir wollen selbstverständlich wieder bei der 0 starten. Und ja, mal gucken, welche Elemente wir von der 0 alle bekommen. So. Ah ja, und jetzt bekommen wir natürlich direkt mal, weil ich zufällige Werte eingegeben habe. Das ist sehr interessant. Ich habe hier offensichtlich eine Sache nicht bedacht. Das ist keine große Sache. Man kann das relativ leicht fixen. Und zwar folgendes. Ähm, wir haben hier Kanten hinzugefügt von 0 auf 2, von 0 auf 4, von 2, von 1 und von 4. Aber wir haben keine Kante von 3 auf irgendwas hinzugefügt. Und ihr habt euch vielleicht schon vorhin gefragt, das ist mir gerade auch aufgefallen. Ähm, wenn wir hier diesen Graphen erstellen. Also, wir bekommen erst mal den Fehler, dass unsere Liste visited nicht groß genug ist. Und ja, lasst uns mal ganz kurz gucken, was dieser Graph eigentlich enthält, nachdem wir mit ihm fertig sind. Ähm, das heißt, wenn wir die Breitensuche starten, sozusagen, printen wir uns einfach mal den Graphen aus. Ups, self.graph. So, und wenn wir das jetzt ausführen, sehen wir, dass unser Graph von 0, 2, also von 0 eine Kante auf 2 hat und von 0 eine Kante auf 4. Von 1 auf 3, von 2 auf 4 und von 4 auf 1, 0, 2. Aber das Problem ist, dass die 3 hier nirgendwo als Knoten aufgezählt ist. Und das ist natürlich jetzt ein kleines Problem. Ähm, denn, ja, ich bin einfach, äh, boosted, würde ich mal so behaupten. Weil wir natürlich keine Kante von 3 ausgehend haben. Das heißt, hier sind nur die Knoten aufgelistet, die auch ausgehende Kanten haben. Daran habe ich einfach nicht gedacht, tatsächlich. Tut mir furchtbar leid. Ähm, die Werte hier unten, die habe ich mir gerade zufällig aufgeschrieben. Die waren einfach nur so komplett random. Den Code hier oben habe ich natürlich vorher geschrieben. Und was wir jetzt machen, ist so einfach folgendes. Wir machen hier oben einfach einen kleinen Dirty Hack rein, damit dieser, dieses Default Dictionary einfach überlistet wird. Wir fügen self.graph von v, das ist ja quasi die andere Kante. Das heißt, die Kante, die eigentlich nicht ausgehend ist, sagen wir .append. Und jetzt sagen wir hier, wir fügen einfach u ein. Und anschließend self.graph von u, ups, .remove u. Ja, ups, das sollte nur eine Klammer sein. Damit fügen wir quasi u ein und löschen u wieder. Und wenn wir uns jetzt den Graphen angucken, äh, ja, natürlich wollen wir von v u wieder entfernen. Und jetzt sehen wir hier, okay, wir haben hier 3 einfach als leere Liste drin. Und so soll das natürlich auch sein. Das heißt, wir haben hier quasi in 3 einfach erstmal die 1 eingefügt, weil wir hatten die Kante 1 auf 3 hier drin. Und dann sagen wir, ja gut, wir fügen auch 3 auf 1 ein, aber die löschen wir direkt wieder. Was dann übrig bleibt, ist einfach eine leere Liste. Und damit haben wir den Graph quasi überlistet, sozusagen, ähm, uns da das zu geben. Ja, ähm, und das hier machen wir natürlich wieder weg. Und dann sehen wir hier bei der Breitensuche, wir bekommen zuerst 0, also 0 ausgegeben. Dann gehen wir hier offensichtlich auf 2 und auf 4 von 0 aus gesehen. Wobei eigentlich ist dieses Array hier gerade recht hilfreich. Wir gehen von 0 auf 2 und auf 4. Das bedeutet, wir fügen natürlich auch in unserer Breitensuche 2 und 4 als nächstes ein. Und anschließend gehen wir von, ähm, 2 auf 4. Ja gut, 4 haben wir ja quasi schon. Das heißt, wir müssen hier nicht nochmal 4 hinzufügen. Und von 4 gehen wir auf 1, auf 0 und auf 2. 0 und 2 sind ja schon fertig. Das heißt, wir geben hier nur 1 aus. Und von 1 gehen wir am Ende auf 3. Ja, und 3 hatten wir natürlich, oder haben wir natürlich noch nicht. Das heißt, wir geben als letztes 3 aus. Und so funktioniert im Endeffekt die Breitensuche. Und wie gesagt, dieser kleine Hack hier oben, den müssen wir halt hinzufügen, um dieses Default-Dict einfach zu überlisten. Gut, ja, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt den Code verwenden. Ich verlinke euch den, beziehungsweise ich packe euch das natürlich alles wieder mal auf GitHub. Wer das Repo nicht kennen sollte, es ist unter github.com slash themorphos407, das bin ich. Und dann unter Tutorials, also da findet ihr eigentlich so ziemlich die meisten Sachen von meinen Videos. Ansonsten ist es immer irgendwie in der Beschreibung verlinkt. Dementsprechend, ja, guckt einfach in der Beschreibung nach. Dort ist auch das Repo direkt verlinkt. Und genau, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.